So, 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 liebe Freunde, Sharky Boys angesagt, ich hätte besser landen können, ich bin ein bisschen zu hoch, das ist immer so schwierig einzuschätzen, so, aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt erstmal eine dicke Session hier, ich weiß gar nicht, ob hier noch jemand mit landet, irgendwie, guck mal, da sind doch, da ist einer, zwei, gefährlich, 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 Ist das ein Bot oder was? Man trifft ihn nicht mal, lol, was ist das denn, für eine unlogische, Digger, wie unlogisch, was soll das? Digger, ich war perfekt drauf und die wollen mir erzählen, das zählt nicht, oder was? So, dann lass mal schnell Sky holen, dann wegsteppen, oder? Das ist der Plan. Jetzt entspannen ich mal hier, okay. Erstmal Schnauze halten. Ah, 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 oh, Bruder, 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 Bleib cool, bleibt cool, bleibt cool, bleibt cool, bleib cool. Okay. So, wo ist Sky, wo ist Sky, wo ist Sky, wo ist Sky? Hm. Wo, 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 wo. Ganz ruhig, Digger, ganz ruhig, wir wollen wieder alle entspannen, Digger, wir wollen das wieder alles entspannen, Digger, die kamera darf ich jetzt nicht bekommen die kamera darf jetzt nur ihre schnauze halten wir suchen jetzt okay dann wollen wir die instant besiegen am besten mit den granaten sogar ohne baba chester bitte eine pump bitte eine pistol wieder die geist heute pistol day und meine pistol challenge machen soll ich machen harte fahrt kann ich machen scheiße die hat mir 35 leben oder 75 leben in einer sekunde weg geballert ich weiß nicht warum habe ich nicht getroffen ist schon krank ich bleibe der pistol ich mache glaube ich heute eine pistol challenge auch für süß einfach aber die bock darauf muss zu geben ganz ruhig okay ich habe schon sehr viel stress hinter mir die gelassen wir aber einfach nur holen ja du kriegst noch so auf ihre einfach nur so auf lustig hast du sie abbekommen so schön kennst du auch nein das ist der pump kann digga da ist der pump kann er kommen wir sagen auf korrektiger pump kann und bist du harter fahrt digga jetzt auf korrekt für die challenge digga die pump kann ist und musste gar nichts machen aber statt er schiebe pistol und auch überwiegend die pistol werden auch die meisten kiss mit der pistol machen machen keine pistol auch nicht können wir mal ein andermal machen ich glaube das werden wir sogar auch hinsicht hinkriegen aber gerade muss ich sagen muss es nicht sein wenn die pump kann da ist digga kann ich schwierig nein sagen liebe freunde kann ich schwierig nein sagen hier mir direkt rüber nach plätzen park wollen wie man es eigentlich von mir kennt let's go das hieß hier haben dicken lud digga nicht so viele mette aber so dürfte reichen und noch ein paar weitere damit wechsel fetzen und von denen den ganzen staffs zu sneaken let's go kommen trifft 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 es trifft nichts oh mein gott digga er geht ab wie schmitz katze sage ich euch digga da ich auch gerade hier in dem anderen haus bin habe ich auch wieder null prozent pack los ich kann auch dementsprechend viel besser spielen ist viel geiler ist immer so ein geiles feeling wenn man so ein low ping hat und wenig packet lost oder beziehungsweise gar kein so wer will meine pistol schmecken anscheinend gar keiner oder da hinten wo man sich schaden auf easy peasy oh digga die pistol knallt digga die pistol knallt wirklich ist krank mega krass wirklich nichts unterschätzen die waffe du kannst so schnell damit einen laser ne wegen der feuerrate viel höhere feuerrate als eine scar oder sowas ne ich überlege gerade ja kranke feuerrate das ist wie eine mp oder so das ist unglaublich heftig unterschätze waffe muss zugeben so dann wollen wir mal gehen wir richtung sonnhof entspannt oder sehen wir noch hier irgendjemanden ruhig aus naja hat auch fazit sehr ruhig aus ja gehen wir mal richtung ich weiß ja ich pläsen agency risky gibt es viel zu auswahl na sollte ich sage pläsen der fest war mir noch gerade er war da war da war da warum ist das ganze gebäude da kaputt das ganze gebäude weg das ganze gebäude zerstört was soll das das leben noch mega viele leute da hinten der ist auf sich unterwegs ich weiß ja oh mein gott der macht auf einsperren politik ich check was sofort ich check was sofort ok 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 hat das im wasser oh mein gott ich hab gar nicht gecheckt nicht dein ernstiger denn was soll dieser baum hier auf einmal 80 oder war doch voll lecker auf seinem kopf digga kommen man so da lass mal hier in ruhe du dreckiger so weiter ok 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 das wird wehtun das wird wehtun aber ok ich schwöre das wieder so eine runde wo man gar keine gegner sieht digga dankeschön dankeschön man kann jetzt wirklich sehr viele kills machen solo sehr sehr viele kills war sondern geben noch mal nach agency digga ist überhaupt jemand da waren welche die haben action gemacht aber aktuell keine ahnung digga ich habe keine ahnung ich sehe auch niemanden aber aha ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig das ist ein bot digga es hat mir auch nasty geschrieben dass irgendwie skill based matchpacking rausgenommen worden ist ich habe meine runde davor auch so viele bots gehabt wo ich mir dachte what the fuck am ende bin ich durch stutt schaden gestorben ich bin durch stutt schaden gestorben wie eigentlich paul auf digga aaa 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 ok da wollen wir mal da ist auch jemand auch wieder im bot oder was ne oh shit nein er darf nicht sterben bitte ich hab ihn so geklaut digga und kann doch mal Dinger ist mir einkommen der dreckige er ist mir einkommen ich schau mal immer gerade ob hier jemand ist ne 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 sieht eigentlich alles gut aus wir haben echt wenige gegner digga ich merk was sofort Aber verzeih mir, Bro. Apoi, dir und sein Auge, du weißt. Ich mach kein Auge, aber ich hab ein gutes Auge. So, weißt du, was ich meine? So, ich hab eigentlich gar keinen Bock, mir ein Mad-Grid reinzupfeffern. Ich hab gar keinen Bock und gar keine Zeit für sowas. Deswegen gehen wir jetzt einfach instant weiter. Ich hab mein Heli verloren. Ah, Digga. Das hätte auch eklig enden können. So. Ich muss jetzt gucken, wo sind die nächsten Gegner? Da fliegt doch jemand. Bitte lasern mich nicht, Bro. Er sieht mich gar nicht. Er checkt mich nicht. Digga, verzeih mir, Bro. Oh, the drum gun, Digga. Ich bin auf Ehre noch weiter meine Pistole, Digga. Wir halten uns an unser Wort. Wir werden die Pistole als unsere Main-Waffe benutzen. Digga, scheiße. Die Gegner sterben viel zu schnell wieder. Ich muss weiter. 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 Komm, komm, komm. Gehen wir Richtung Zone, Digga. Die meisten werden wahrscheinlich Richtung Zone gesteppt sein. Ich hab noch ein Trampo. Ich hab noch ein Trampo, Digga. Ich hab gar... Ey, ich check wieder gar nicht, wo die Gegner sind. Wirklich. Null. Wir haben auch nur sieben Kills. Das ist voll wenig. Ich muss... Leute, ab demnächst, wieder versprochen, mehr Solo-Squad, Digga. Weil Nels hat mir gerade bei WhatsApp geschrieben, Red bei Squad ist irgendwie Skill-Based Match-Wacking raus. Es kann aber sein, dass generell Skill-Based Match-Wacking ein bisschen reduziert worden ist. Da hinten hab ich gerade den Gegner fliegen sehen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Hier links sehe ich niemanden. Da sehe ich jemanden. Und ich glaube, da müsste jemand sein. Aber der ist safe. Und ich glaube, da in der Richtung. Die Waffe ist knallt. Die knallt schon, Digga. Die knallt doll, Digga. Wirklich. Aber, aber, lag, lag. Okay. Ähm, ja. Dann gucken wir weiter. Sicher, Gegner? Ich glaube, ich habe was in dieser Richtung gehört. Ah! Ja, Gegner sind... Die Loppi sind, wie gesagt, geil, Digga. Ich glaube, ist wie gesagt geil. Oh, da hinten. Komm, ich will wenigstens 15 Kills auf Ehre kommen. Aua, aua, aua. Sturzschande wieder. Nein, nein, er darf nicht abhauen. Er darf nicht abhauen. Die Loppi sind viel zu geil gerade. Die Loppi sind Legende. Das sind Legenden, glaube ich, gerade. Okay, da hinten war dicke Action. Ich weiß gar nicht, ob er das war. Komm, komm, schnell abhauen, schnell abhauen. Äh, die Zone ist ja noch hier. Wir sind alles, wir sind eigentlich gut. Vielleicht hat sich aber einer irgendwo hier verstanden, Digga. So auf Misty angelehnt. Hier sieht eigentlich alles entspannt aus. Da... Habe ich da was gerade gesehen? Oder habe ich das nur eingebildet? Manchmal bilde ich mir auch ein paar Sachen ein. Da war gar keiner... Das ist geil, dein Heli. Ihr könnt von hier wirklich so gut die Sachen sehen. Jede Art von Bewegung, Digga, direkt. Könnt ihr erfassen mit eurem Auge. Aber... Aktuell... Muss ich zugeben, sehe ich gar nichts. Kann sein, dass ihr was seht, was ich nicht sehe. Ah, da vorne. Der kleine, hinterhältige Go, Digga. Er vergreift sich an meinen Loot, Digga. Er vergreift sich an meinen Loot, okay. Oh nein, 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 nein. Ich beschütze dich, Bro. Ey! Digga, einfach Scar gegen den Ding ins Pistol. Und der Pistol hat mehr Schaden gemacht. Ah, das geht immer schnell, ne? Das geht immer schnell, Digga. Verzeih, oh, das ist doch perfekt, was ich gebraucht habe. Ich hatte ja gar keine Zeit um mich zu hören. Ich wollte ja die Gegner holen, deswegen... ...habe ich ja das jetzt gemacht. Und warum dreht er hier so durch gerade? Im wahrsten Sinne des Wortes dreht er wirklich durch. So. Warum dreht er sich die ganze Zeit? Alles klar, Digga. Okay. Dann checken wir mal die Seite ab, weil auf der Seite waren wir noch gar nicht. Wir haben noch gut ein paar Leute gecatcht, Digga, haben wir sehr schön gemacht. Die Zone ist da hinten, okay. Ja, ich denke... ...da hinten. Hier dürfte Minimum noch einer sein, oder? Oder nee, ne? Ach, keine Ahnung, Freunde, wir gucken aber weiter. Wir gucken auf entspannt. So, meistens auf den Bergen auch welche, Digga. Man weiß ja nie. Hm. 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 Die Pistole ist aber echt, muss ich zugeben, ...sehr unterschätzt. Mega stark. Und kann man wirklich ernsthaft spielen. Ich habe auch die meisten Kills auch in dieser Runde mit der Pistole gemacht. Okay. Da hinten. haben sechs gegner noch ich wird wahrscheinlich hoffentlich von den fünf bekommen oder vier das war richtig korrekt muss aber schnelle welle doch das medkett reinpfeffern bei 37 leben ist schon etwas der das nutzt sich das medkett noch rein zu pfeffern aber irgendwie verstecken sich gegner ganz gut die somit um jeden fall mega klein das heißt er nicht so viele möglichkeiten sich zu verstecken wir klären das schon irgendwie klären das schon so zack ich spiele auch meistens eigentlich immer zwei waffen zwei waffen grappler und dann auch zwei sachen zum hielen ist eigentlich immer okay oh mein gott das war gerade das war gerade richtig knapp digger das war gerade heftig knapp das war hardcore er wollte mich glaube ich abknallen während ich da oben bin auch keine schlechte idee aber dann kam ich inhalt zuvor bin ausgestiegen und er hat mich fast weggelasert er war wirklich gut drauf digger er war krass drauf ja das war gerade richtig knapp und hat ein heftiges setup der gattige brutus minigand das war richtig gefährlich gerade das war übergefährlich jetzt muss ich das nächste medkett wieder reinpfeffern eigentlich gar keinen bock aber egal nein wenn man den bottern oder die pistol gefährlicher gefährlich naja die lobby sind immer wieder entspannter geworden egal das freut mich das heißt ich kann wieder mehr solo squad spielen die aber in letzter zeit wenn ich immer so dass gott gespielt habe das war so anstrengend da konnte man so schwierig gewinnen bin ich ganz ehrlich aber mittlerweile geht das ich habe nuller ping wollte mich verarschen kann ich nuller ping haben wir noch in hamburg wie kann man in hamburg nuller ping haben lol ey warte man weiß nie na ja man weiß nie immer noch mal sicher gehen hier wo ist mein heli eigentlich nochmal heli hallo heli heli wo bist du ich verstehe die runde nicht wir schaffen es auf einmal alle bei mir zu sein ich habe die doch gar nicht gesehen wie ist warum sind auf einmal alle bei mir jetzt auf einmal stecken sich noch welche hier hallo ich wollte mich doch verarschen oder weil mich doch komplett verarschen ich habe zwei gegner noch locker ist eine oma dieser baba base ich rieche das schon ich rieche sowas ganz gute ohne witz locker ist ein aber der baba base safe safe das macht sowas von sinn ich habe angst dass er mit c4 oder sowas wartet na ja ein bisschen paranoia muss zugeben und darf die gegner jetzt auch nicht unterschätzen egal auch wenn ich 16 kills habe aufpassen erstmal schön von hier gucken wo könnten die sein über krasseste übersichtiger ich muss aber aufpassen ist nicht ein kleiner hinterhältiger gummi snipen wird kaputt gemacht man weiß ja nie schön vorsichtig antasten also hier ist ja gleich das auch nicht mehr ich komme echt vor die runde ich komme echt verarschen aber naja ist mir egal egal ein haben wir noch und haben wir die runde gewonnen wir haben überwiegend mit der pistol zersägt muss man schon zugeben aber krass zersägt müssen gucken wo der letzte ist ich muss auch sagen diese runde ich habe die gegner nie gesehen die sind die sind auf einmal zu erschienen auf einmal sind auf einmal erschienen schon wieder ist jemand dort alles klar digga ah oh mein gott ich war fast gestorben ganz ruhig hier oh bro verzeihen mir was jetzt passiert na ja auch die letzte mit der pistol geholt bewerten kommentieren nicht vergessen das war jetzt aber ja ja ihr wisst ja jetzt zwei und so ja genau naja kommt hier nicht vergessen wir haben eine 34 april 18 kills noch komische lobby erhalten geil anscheinend ist wirklich skills matchbacking raus haut rein bis zum nächsten mal und tschüssi line